Dakshina-Hasta-Bhujasana ist die rechte Rüsselstellung. Vom Sitzen ausgehend halte die linke Ferse an dem Becken und hebe das rechte Knie hoch, gib die rechte Kniekehle hinter die Schulter, du kannst aber auch die rechte Hand hinter den Hinterkopf geben und die linke Hand ans Fußgelenk. So ist jetzt dein rechtes Bein wie ein Rüssel und Hastabhuja heißt Rüssel. So hast du hier die rechte Rüsselstellung, wie ein Elefant seinen Rüssel nach vorne bewegt. Diese Dakshina-Hasta-Bhujasana ist eine gute Übung für die Massage der Bauchorgane. Sie entwickelt die Flexibilität in der Hüfte und ist auch eine gute Übung, um die Energie nach vorne ausstrahlen zu können. Sie kennen die Kniekehle hinter die Kniekehle, 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 die Knieke